Wenn du die Gegenstände noch nie gesehen hast, wie kann es denn sein, dass du sie eingesammelt hast? Ja, jetzt gerade, erst für das Spiel. Boah, ist das anstrengend! Okay, kommen wir zu unserem Spiel der Woche. So, und zwar sind die Spielregeln folgendermaßen. Ich habe drei Gegenstände. Wir fangen mit dem ersten Gegenstand an und das sind wirklich persönliche Gegenstände, also die gehören wirklich mir, ja, das sind wirklich meine Gegenstände und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder denke ich mir jetzt eine Geschichte zu diesen Gegenständen aus oder es ist wirklich so passiert, ja, wie ich zu diesen Gegenständen gekommen bin oder was ich damit verbinde. Okay, ich möchte nochmal meine Frage stellen. Okay, wenn du noch Fragen hast, bitte stell sie jetzt. Okay, haben diese, haben wirklich alle drei, also die gehören dir, alles klar, ne? Ja. Aber haben wirklich alle drei eine... Es kann auch sein, achso, nee, es kann auch sein, dass die mir gar nicht gehören, doch. Also kann sein, dass da, dass die mir auch gar nicht gehören. Nee, 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 ich meine, hat jedes wirklich eine besondere Bedeutung für dich und du denkst dir nur bei dem einen oder anderen dann irgendwie eine andere Story aus oder hat irgendeines von den Sachen eigentlich gar keine Bedeutung für dich und du denkst dir halt in dem Moment irgendwas aus? Kann auch sein. Okay, gut. Also du musst sagen, stimmt's oder stimmt's nicht, ja? Okay. Du musst nicht sagen, okay, das Ding gehört mir, weil vielleicht hast du es schon gesehen. Hör zu! Ja. Vielleicht hast du es, äh, vielleicht hast du es schon gesehen, also wahrscheinlich hat Julia diese Gegenstände schon bei mir gesehen, aber es kann sein, dass ich die Geschichten dazu erfinde oder dass ich die Gegenstände auch noch nie gesehen habe. Das kann auch sein. Es kann sein, dass du die Gegenstände noch nie gesehen hast, wie kann es denn sein, dass du sie eingesammelt hast? Ja, jetzt gerade, erst für das Spiel. Boah, ist das anstrengend! Okay, fangen wir an. Fangen wir an. Fangen wir an mit dem ersten Gegenstand. Aber ich darf sie auch sehen, ja? Nein. Ich muss nicht weggucken. Na klar, darfst du sie sehen. Ich will sie auch dem Chat zeigen, also. Äh, ich kaufe ein E, Julia. Kann ich starten? Ja, du darfst starten. Also, wir fangen an mit dem ersten Gegenstand und der erste Gegenstand ist das hier. Und zwar ist das hier meine Nightmare on Elm Street Sammlung. Äh, Sekunde. So. Ja. Das ist meine Nightmare on Elm Street Sammlung. Da sind alle Nightmare on Elm Street Teile drin. Und die Geschichte, die ich habe, also die geht sich jetzt nicht hier um dieses Set, sondern um Freddy Krüger, ja? Um Nightmare on Elm Street. Äh, dieses Set ist von, äh, 1999, habe ich das, habe ich mir das gekauft. Krass. Ja. Von 1999. Und ich habe vom Hauptdarsteller, vom Robert Englund, habe ich sogar ein Autogramm bekommen. Ähm, von dem Schauspieler. Ein Originalautogramm. Mit Widmung habe ich bekommen. Und, ähm, eine Geschichte dazu ist folgendermaßen. Ich war zwölf Jahre alt. Ich war zwölf Jahre alt und durfte das natürlich noch nicht gucken, ja? Weil das ab, äh, 18 ist. Danke Blue Brother für deinen Sub. Weil das ab 18 ist, durfte ich das nicht gucken. Und, ähm, ich war so sauer auf meiner Mutter, ja? Ich war so sauer auf meine Mutter, dass ich mir ein Poster von Freddy Krüger gekauft habe. Und zwar, größer noch, als hier, als mein Ironman-Bild. Äh, jetzt, äh, Bruder, muss los. Größer als dein Ironman, ja? Größer als mein Ironman-Bild, also riesig groß. Und habe das provokativ über mein Kopfbettende gehangen. Also richtig eklig sah das aus. Ich habe es leider nicht mehr, ja? Aber nur meine Mutter zu ärgern, habe ich ein riesiges Freddy Krüger mit dem verbrannten Gesicht, ja? Habe ich über mein Bett aufgehangen, nur meine Mutter zu ärgern, ja? Weil ich ein riesiger Fan war und ich durfte die Filme nicht gucken. So, und du musst jetzt sagen, ob die Geschichte erfunden ist oder ob sie wahr ist. Der Chat darf dir gerne helfen. Also das ist so, äh, das ist hier so meine Freddy Krüger-Geschichte. Das war so meine erste, meine erste Filmerfahrung. Das Poster war riesig. Also so groß wie die Hälfte von, von, von der Wand war das. Habe ich über mein Bett gehangen. Mit verbranntem Gesicht. Das war auch nicht so dunkel wie hier, sondern ganz hell. Mit richtig verbranntem Gesicht. Vielleicht finde ich, äh, vielleicht finde ich, ähm, ein Bild. Ich kann es ja Julia zeigen, aber im Chat darf ich es nicht, äh, bestimmt darf ich es nicht zeigen, weil der Stream, glaube ich, nicht ab 18 ist. Ist er ab 18? Ich weiß gar nicht. Ähm. Ähm. Richtig mieses Bild habe ich da hängen gehabt. So in der Art. So. Äh, aber, ja, das hier, so. 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 Und so groß wie die Fensterwand. Über mein Bett habe ich es gehangen. Also. Und ich bin, äh, 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 so. Also. So meine Indizien dafür, ne? Also ich kenne ja Sven, der würde aus, äh, Trotz sowas auf jeden Fall machen. Aus Trotz auf jeden Fall, würde der sofort machen. Mhm. Aber, ich weiß nicht, ob du nicht ein bisschen zu sehr vor deiner Mama Angst hattest. Deswegen. Also meine Mutter, äh, war sauer. Safe. Also wenn das so gewesen ist überhaupt, wenn ich mich das getraut hätte. Nee, ich sag, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr? Ja. Sagst du? Ja. Äh, die Geschichte stimmt. Ach, krass. Das stimmt. Das stimmt. Ich hätte das gemacht, weil das Poster durfte ich kaufen mit zwölf, die Filme durfte ich auch nicht gucken, das war klar. Ähm, und, äh, ich hab mir echt so ein Poster übers Bett gehangen. Meine Mutter hat einen Anfall bekommen, aber das war es mir wert. Das war es mir wert. So. Wir kommen zum zweiten Gegenstand. Und, ähm, das ist der zweite Gegenstand. Ich halte ihn mal eben kurz in die Kamera. Müssen wir eben weggucken. Ach, ja, klar, wahrscheinlich. Ja, natürlich. So. Hier. Abmu, Sazen, Sazen oder der Weg zum Glück. Und zwar, ähm, dieses Buch hat, äh, ein, Freund will ich nicht sagen, aber ein Bekannter von mir geschrieben, dieser Abt Muho. Und er ist, eigentlich heißt er Olaf Nölke, und er ist Abt in Antaiji gewesen. In Japan, in einem japanischen Kloster. Als erster deutscher Mönch in einem japanischen Kloster. Ist er Klosterführer gewesen. Über 30 Jahre. Er hat, äh, ordiniert damals da. Und, äh, dann ist er, äh, weggegangen. Hat seine Frau kennengelernt. Ist in, äh, in, in Japan in einen Garten gegangen. Hat dort meditiert. Und dann ist er zurückberufen worden ins Kloster, weil sein Meister gestorben ist. Die sind Selbstversorger. Und der Meister ist mit, ähm, der, mit dem Bagger, ist er verunglückt, ist gestorben. Und er ist in seine Fußstapfen getreten und war bis letztes Jahr, war er da, äh, Klosterleiter in Antaiji in Japan. Und ich war ja auch in Japan. Und ich hab, sein Buch ist von, ich weiß gar nicht, von wann das ist. Also ich hab sein Buch gelesen und, äh, es gibt sehr viele YouTube-Videos von ihm und sowas. Und ich fand das richtig cool. Und ich hatte damals sehr viel Stress. Ja, sehr, sehr viel Stress. Und ich hab mir gedacht, ich brauche eine Auszeit. Und dann hab ich mir gedacht, äh, wenn ich sowieso in Japan bin, ja. Äh, dann geh ich ihn besuchen. Und ich war für fünf Tage, bin ich in dem Kloster gewesen und hab den kompletten Tagesablauf mitgemacht. Also die meditieren da fünf Stunden am Tag. Die essen da zusammen. Die machen Feldarbeiten und sowas alles. Und ich war in diesem Kloster, ich war in diesem Kloster, ähm, beim Abt Muho. Ja. Kannst du auch gucken. Vielleicht steht es ja auch da drin. Stimmt die Geschichte oder nicht? Also, ich sage, die stimmt nicht. Warum? Weil du niemals diese fünf Tage, ähm, in deiner, in deinem Augen verschwendet hättest, dann hättest du lieber fünf Musikvideos gemacht, als dass du fünf Tage in dieses Kloster gegangen bist. Ich hab auch, ich hab auch drei Musikvideos gemacht. Das weiß ich auch. Aber du warst nicht lange genug da, um auch fünf Tage. Ich weiß, dass du mir irgendwann mal gesagt hast, dass du da unbedingt eigentlich mal hin wolltest. Aber es ist gelogen. Es ist gelogen. Was sagt der Chat? Stimmt nicht, stimmt nicht. Buch ist neu und ungelesen. Ich hab das Buch noch niemals gelesen. Doch. Äh, das Buch ist, äh, ich hab das Buch wirklich gelesen. Und diesen Abt Muho gibt's wirklich. Und er ist wirklich in Antaiji, im, äh, Kloster, im Antaiji-Kloster in Japan. Könnt ihr auch gerne googeln. In Osaka, in der Nähe von Osaka. Ähm, ähm, äh, aber ich war nicht da. Ja! Wir haben noch E-Mails geschrieben, aber ich war about to go there. Ich weiß, aber du hast mir irgendwann mal gesagt, du wolltest da hin, aber es hat irgendwie nicht geklappt oder sowas. Ja, ja. Also ich war nicht da. Ja. Ich war nicht da. Aber der Rest stimmt. Der Rest stimmt alles. Es ist alles, äh, der Wahrheit. Der ganze Wahrheit. Okay, eins, es steht eins zu eins, ja? Es steht eins zu eins. Das Dritte entscheidet, ne? Und das Dritte entscheidet, und ich sag euch, das Dritte wird krass. Das Dritte wird einfach krass. Aber jetzt kommt der dritte Gegenstand, und jetzt entscheidet sich das, ob Julia oder ich, äh, der Gewinner ist von heute Abend. Und um einen gelben Fruchtzwerg. Ja. Banane. 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 Und zwar, mein dritter Gegenstand ist dieses Bon Jovi-Ticket aus dem Jahr, es ist nicht mein erstes, ich hab das erste nicht mehr gefunden. Es ist aus dem Jahr 1996, Köln, Müngersdorfer Stadion. Du musst ja die Story erzählen können, ohne das ablesen zu können. Das ist ja nicht die Story, ich sag ja nur, wovon das war. Okay, okay. Entspann dich mal. So. Äh, Müngersdorfer Stadion. Und ich zeig euch jetzt gleich mal die Tickets, was die gekostet haben. Ja? Ich zeig euch das jetzt mal. Äh, so hier. Schatz, du musst weggucken sonst. Ja, ich guck weg. Seht ihr das? Müngersdorfer Stadion, Köln, 1996, 55 D-Mark. Vorverkauf. Ja? Das heißt also, da hat ein Ticket um die 25 bis 27 Euro gekostet. Ja? 1996 war das. Ich hab noch ein älteres Ticket, aber das hab ich nicht gefunden. Aber ich erzähl jetzt die Geschichte von meinem ersten Bon Jovi-Konzert. Ja. Erzähl dir jetzt die Geschichte, okay? Ja. Und Julia muss sagen, ob die stimmt oder nicht. Also. Mein erstes Bon Jovi-Konzert war so, ich durfte da nicht hin, wie immer. Und meine Eltern haben gesagt, wenn du da hin willst, musst du selber gucken, wie du da hinkommst. Ja? Mhm. Und es gab einen Laden, der hieß Ticket in, der steht auch hier drauf. Guck mal weg. So. Es gab einen Laden bei uns in Mönchengladbach, der hieß Ticket in, den gibt's nicht mehr. Jetzt ist ja Eventim und so. Und die haben eine Fahrt angeboten mit so einem Reisebus und Bon Jovi-Fans und da konnten wir da hinfahren. Da sind wir da hingefahren. Das war mein erstes Konzert. Beim zweiten Konzert, ja, musste ich alleine hin, weil da gab's diese Busfahrten nicht mehr. Und dann musste ich alleine da hin und dann bin ich mit dem Zug da hingefahren. Ich bin mit dem Zug da hingefahren. Das Problem aber war, das Problem war, das Konzert, ja, war nach der Zugabe so spät zu Ende, dass ich den letzten Zug nicht mehr bekommen hab in Köln. Und ich bin da über einen Parkplatz gelaufen und hab tausend Leute gefragt, ob die mich mitnehmen können und die mussten irgendwie alle in eine andere Richtung. Die wollten mich alle nicht mitnehmen. Und dann hab ich mir gedacht, okay, weißt du, was du jetzt machst? Ich renne jetzt erstmal zum nächsten Bahnhof und schau mal da, wann da die nächsten Züge kommen. Dann bin ich zur ersten Bahnstation, also war nicht der Hauptbahnhof, bin zur ersten Bahnstation. Und der nächste Zug wäre um vier Uhr morgens gekommen. Hab ich mir gedacht, so, dann muss ich jetzt bis vier Uhr morgens warten. Es war, glaube ich, weiß ich nicht, ein Uhr nachts oder so. Letzter Zug gerade weg. Und dann bin ich weitergegangen, wollte zum Hauptbahnhof gehen und bin durch eine ominöse Gegend gelaufen. Und das war übrigens in Essen, das war ja in Köln, das Konzert von dem ich spreche, war in Essen. Das war das andere. Und ich bin durch eine ominöse Gegend und da standen ganz komische Gestalten an den Ecken. Da standen ganz, ganz komische Gestalten an den Ecken. Ich hatte mir noch so ein Bon Jovi-Poster gekauft für zehn Mark, konnten die, da waren irgendwie so Händler auf der Straße, konnte man die kaufen. Und dann bin ich da durch die Straßen gegangen und da kam ein so ein Typ auf mich zu. Wie alt war ich da? 14? 15? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Und die kamen auf mich zu und die haben zu mir gesagt, was machst du hier? Und dann sage ich, ich wollte nur zum Bahnhof, ich komme vom Konzert, ich habe so Vollschiss gehabt. Die waren alle älter als ich, wahrscheinlich irgendwie so Drogendealer oder so in Essen. Und dann haben die gesagt, hier kannst du nicht lang. Und dann habe ich gedacht, scheiße, musste ich wieder umkehren und ich konnte nicht zum Bahnhof. Und dann bin ich zum nächsten Taxistand gegangen und dann bin ich zum Taxifahrer gegangen und habe gesagt, ey, ich komme nicht mehr nach Hause, da sind so ganz komische Typen, ob der mich nach Hause fahren könnte. Und dann hat der Taxifahrer zu mir gesagt, ja, wo wohnst du denn? Dann habe ich gesagt, in Mönchengladbach. Dann sagt er, ja, aber wir sind ja hier in Essen. Und dann sage ich, ja, ich muss irgendwie nach Mönchengladbach. Dann sagt er, kein Problem, ich fahre dich. Jetzt hatte ich aber keine Kohle. Ich hatte keine Kohle mehr. Und dann habe ich gefragt, ja, was kostet das denn ungefähr? Und dann meinte er so, ja, so 100 Mark damals. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, weil ich wollte da weg. Ich musste da unbedingt weg. Ich hatte den Schiss meines Lebens. Ich musste unbedingt da weg. Ich bin in das Taxi eingestiegen, bin nach Hause gefahren und wir waren auf der Autobahn und das Taxometer zeigte schon 120 Mark an, 130 Mark, 150 Mark, 160, 70, 100, es war mitten in der Nacht. Meine Mutter hätte mich totgeschlagen, wenn ich die geweckt hätte und nach Geld gefragt hätte. Sie hätte es auch nicht gehabt. Und dann bin ich schließlich zu Hause angekommen und bin aus dem Taxi ausgestiegen, habe dem Typen gesagt, er soll im Moment warten, hat meinen Ausweis dagelassen, bin nach oben gegangen und ich hatte so eine große, kennt ihr noch diese großen Sparflaschen, Spargläser, wo ihr das ganze Kleingeld, die ganzen Cents, damals Pfennige, reingeschmissen habt und so. Dann bin ich mit dem Ding, ein paar Scheine hatte ich noch, ein paar 5 Mark Scheine, 10 Mark Scheine, bin ich mit dem Ding nach unten und habe dem das komplette Kleingeld auf den Sitz gekippt, um dem seine 150, 180 Euro, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, um den zu bezahlen. Der war super pisst, ja? Tina, danke für deinen Rate! Der war super pisst, auf jeden Fall. Aber das war die Story zu meinem, das war nicht mein erstes Bon Jovi-Konzert, sondern ich glaube mein zweites in Essen. Und das war hier, glaube ich, das dritte oder so. Okay, ich habe eine Frage. Ja, Frage. Darf man Geschichten halb wahr, halb nicht wahr erzählen? Ja, also wenn ich nur eine Sache, die unwahr ist, erzählt habe, dann stimmt die Geschichte nicht. Also wenn ein Element unwahr ist, dann ist die Geschichte schon falsch. Okay, aber wenn du zum Beispiel Sachen erzählst, die wahr sind und die mit einer Sache, die unwahr ist, kreuzt. Dann ist es unwahr. Tina hat gerade geschrieben, es gab keine 5 Mark Scheine, sondern nur 5 Mark Stücke. Es kann sein, dass ich mich vertue bei manchen so Details oder so. Das kann schon sein, also das ist okay. Aber grundsätzlich stimmt die Story oder stimmt die nicht? Also wenn ich jetzt mit dem Bus, wenn ich auf dem Konzert war, aber mit dem Bus nach Hause gefahren bin, dann stimmt die Story natürlich nicht. Ich glaube, du hast mir halt schon mal sowas erzählt, in der Art, dass du auf jeden Fall nicht mehr nach Hause kamst. Und deswegen glaube ich, das ist richtig. Glaubst du, also so wie ich jetzt erzählt habe, die Story? Ja, ich glaube jetzt, das ist richtig, ja. Das war genau so. Sag ich doch. Genau so, ich schwöre. Das war genau so. Das war das geilste und schlimmste Konzert auf dem ich je war. Das war krass. Danach konnte ich Auto fahren und dann konnte ich mein Auto dahin fahren. Ich traue es dem Sven zu. Hallo, Ria. Ja, es stimmt. Also Julia hat gewonnen. Das heißt, Julia bekommt jetzt Sekunde. Ich gehe mir was zu trinken und bringe ich dir deinen Fruchtzwerg mit. Darf ich den jetzt im Stream genüsslich essen? Aber den gelben, ne? Ähm, ich möchte gerne einen leckeren. Ja? Kannst du mir eine Reiswaffel mitbringen? Aber du hast den gelben Fruchtzwerg. Ich möchte keinen gelben Fruchtzwerg. Ich möchte eine Reiswaffel. Der Sieger darf aus... Nein! Ich möchte aber lieber Reiswaffel. Ich mache das Spiel nicht kaputt. Okay, gib mir den Reis. Joghurt. Wer? Blue Energy hätte auch gewonnen. Ich hätte den Gewinn. Vielen Dank. Kannst du so lange das Ötsch-Ötsch nehmen? Ja. Wenn du so lange das Ötsch-Ötsch nehmen kannst.